Okay. Kontrolle über den Stoff, so dass du nicht hauen kannst. Du willst mich hauen, hauen machen, also ich blockiere dich. Ich bin ready, du willst mich hauen, ich haue dich. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist eine nette Idee, weil ich den gerade nicht abzahlen hätte. Das ist eine grabe Agar-Situation, dass du hier zauber den Stoff hast, ich habe mir alles gefallen, und ich schlage natürlich. Ja. 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 Oh. Au. Oh. Scheiße. So ist die Arbeit, das ist immer so eine Handgeschichte. Guck mal, lass uns noch mal arbeiten. Guck mal, hier, mit der ist da zu bleiben. Der greift dich an. Ich arbeite, wenn der Stopp ist da. Ja, nicht schlecht. Ja, der ist durch. Das kannst du also knicken, wenn du einen Stock abwehren willst. Und der schlägt dann, vergiss es. Wenn du mir hier zum Kopf baust, dann gehts. Hier ist die Hand ab. Ja, auch das hier unter der Fischenstelle. Genau, du siehst das, was ich da mache. Guck mal, ich habe mich gerade dafür auch in der Fischenstelle 1. Das Ding kannst du nicht reingreifen. Das ist tödlich, vergiss es. Geh entweder, wenn du so eine Situation hast, ganz nach vorn. Dann wirst es gehen. Ja. Ja, aber, oder geh ganz raus. Ja, das geht. Aber ansonsten vergiss es. Okay? Okay, das war der Stopp, das dann zu suchen zu arbeiten. Für jetzt geht's gar nicht einfach mal da unter euch. Ich habe fleshly aufachtet. Ja, das ist all amen aus. Ja, aber man muss momentanen, wenn du deine Eltern wieder hast. Schön, sehr gut. Okay, Klappel. Schön pecken. Ach, scheiße. Du hättest in den Arm aber schön abhaken müssen. Ja, das ist immer noch. Da muss auch mal einer sagen. Okay, ich geh mal raus hier. Ja, und das üben wir jetzt einfach mal ein bisschen langsamer. So, in dem Tempo. Und versuch mal schön unsere Fußarbeit reinzubringen. Wir bleiben dabei frei zur Arbeit. Ruhig noch mal, ich weiß noch, Treffer und so. Okay, wir lassen mal Arbeit. Oh. Oh. Okay. 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 Gut, sehr schön. Ja, ich fahre so weit. Ja. Aber man. Das. Der Handkopf. Eigenschaft Profil. Ist aber trotzdem gefährlich, weil du mich trotzdem kriegst. Deswegen mach ich das. Ich geh schon nach hinten. Oder noch besser. Ich geh nach hinten und raus. Und du hast gesehen, jetzt sind beide Arme im Arsch. Ja. Ich hab mich erst direkt in die linke Hand gestertet. Ulla findest du immer so umhälten. Ist das sowas hier? Ja? Oder du denkst, das funktioniert mal. Ja, vor allem wenn deine Klingel noch drin sind. Naja, ich habe ja den abzerstierst und den anderen formuliert. Ich habe das dann ja geschliffen. Aber es reicht ja, wenn ihr so rum habt, dann kommt der Perfekt, also nur das. So, das ist schon mal gut. Denkt immer den anderen hinterher, eine große Sicherheit. Hier, die Hand, hier, immer sicher. Genau, völlig okay. Ich wollte es nur zu einer zeigen. Oder eben, wenn ich hier arbeite, dass ich hier irgendwie komponiere. Wenn ihr nach hinten geht, völlig in Ordnung. Wenn ihr zur Seite geht, niemals nach rechts. Guck mal, wenn ihr jetzt hier kommt. Boom. Das ist eigentlich nach hinten. Das hätte ich dir abgeschwirtt. Aber hier, boom. Er hat mich abgeschwirtt. Ja, zur Seite. Das geht. Ja, nach links. Nach schriftgeber nicht. Ansonsten, wieder nach hinten und zur Seite raus. Das macht doch mal los. Geiles Ding, Ninja. Sag nicht, dass du das bei Charlie gelernt hast. Nee, nee, das UCC. Hat man noch gesehen. Ja, gut. Jawohl. Versucht, sämlich die Fußarbeit reinzubringen. Komm, stolper, rausgehen, rumgehen. Jawohl, alles mitnehmen, was da ist. Kontrollebehalten. Denkt an, ihr beide Arme. Wenn ihr die Gefängigkeit habt, dann dreht es auch mal. Aber das ist gefährlich, weil das schützt auch bei den Fuß durch. Ja, gleich den großen Zeh absteigen, dann aufmessen. Kann nicht mehr nicht stehen. Ja, sieht schon ganz ordentlich aus. Ja, Leute. Ja, gut.